Heute möchten wir Ihnen den Lieferumfang des schichtigen Messgerätes Itari ET111 vorstellen. Das Gerät wird in einem Karton geliefert. Der Karton beinhaltet eine praktische Aufbewahrungstasche inklusive Messgerät, eine ausführliche Bedienungsanleitung auf Deutsch oder Englisch, sowie zwei AAA-Mignon-Batterien, die vor der ersten Inbetriebnahme in das Gerät eingesetzt werden müssen. In der Aufbewahrungstasche finden wir dann das schichtigen Messgerät, ausgestattet mit einer praktischen stoßdämpfenden Gummischützhülle, sowie eine Handschlaufe, um herunterfallen zu vermeiden. Und ebenfalls befindet sich in der Aufbewahrungstasche noch das Kalibrierset. Das Kalibrierset besteht aus zwei Standard-Nullplatten, zum einen aus Aluminium, zum anderen aus Eisen, sowie einer Standard-Dicke aus Kunststoff mit der Dicke von 102 Mikrometer. Das sind die drei Standard-Nullplatten, zum anderen aus Treibrierset. Das sind die Umgebungstasche, die ein Kutz Rider des Kulturses beträgt. Das sind die Abbewahrungsaktionen. Das ist eine Abbewahrungstasche, die ein Kulturskamp-Land und Anstattung beinhaltet, einspricht un謝e und das Anneguland und beträgt ein Kulturskamp-Land. Das ist das alles, was ich mit einem Kulturskamp-Land und beinhaltet, Vielen Dank.